hallo und herzlich willkommen zur nächsten meditation die körperscan meditation wie immer unterhalb video der link zum blog wurde es noch ein bisschen ausführlicher beschrieben ist und für den einstieg wie immer in jeder meditations form hier nehmen wir jetzt eine atemübung und zwar wir konzentrieren uns schon mal auf den körper sitzen in unserer meditationshaltung und jetzt konzentrieren wir uns auf die fußsohlen die den boden berühren und dann bevor ich weiter gehe es geht um die chakren aber zuerst gehe ich von den der erste weg ist von fußsohlen in die knie und dazwischen lege ich drei arten zyklen durch die nase ganz ruhig und beim ausatmen entspannen ruhig ein bisschen langsamer rauslassen die luft und jetzt in das wurzelschalker jetzt hoch in das nächste so im nobelbereich und jetzt in das nächste bereich der solar plexus jetzt im herzbereich hier und jetzt in das dritte auge und jetzt in das oberste chakra Und jetzt machst du eine kurze Pause in der Stille, spürst in dich hinein deinen Herzrhythmus. Du wirst sicher bemerken, dass du bei Weitem viel ruhiger bist. Und jetzt, wenn du willst, vor allem ist es auch gut, vor dem Schlaf gehen zum Beispiel, den Körper vollkommen zu entspannen. Das heißt, ich gehe als nächstes von oben nach unten. Zuerst konzentriere ich mich auf die Stirn. Kein nur die Fläche, um diese Region, diese Fläche zu spüren. Diese Luft, wie die Haut, die auf der Stirnregion berührt. Die Augenbrauen, die Augen, das Ganzes, den Augendruck zu spüren. Die Nase. Die Nasenlöcher, die Nasenflügel, zuerst links. Dann rechts. Dann unterhalb der Nase. Dann den Mund. Oberlippe. Unterlippe. Und jetzt so diese unterhalb dem Mund, diese Kinnpartie. Und dann das Kinn selbst. Und jetzt das linke Ohr. Jetzt springen wir rüber auf das rechte Ohr. Und jetzt gehen wir runter in den Kehlkopf. Dann gehen wir in den Nacken. Linke Schulter. Rechte Schulter. Mitte. Und jetzt in den Herzraum. Jetzt in den Solarplexus. Und jetzt in den Nabelbereich. Und jetzt in den Genitalbereich. Und jetzt in den Bereich des Steißbein. Jetzt in die Knie. Und jetzt zu den Fußsohlen. Und hier nimmst du nochmal einen schönen Zug in die Nase und lässt es raus. Und jetzt kannst du die Augen öffnen und zurückkommen in das Tagesbewusstsein. Und du wirst merken, es war eine wunderbare Reise durch unseren Körper. Und du kannst leicht feststellen vielleicht, was du jetzt in so einer Art Tras bei dich befindest. Und wache langsam auf. Keine Sorge. Es ist nur deine Schwingung, die du runtergefahren hast. Und diese Schwingung fährst du eben langsam durch deine Aufmerksamkeit wieder hoch. Je nachdem, wie du willst. Und je nachdem, was du tun musst. Obst du in dem Straßenverkehr bist, musst du natürlich sehr achtsam sein, solltest du es nicht machen, sondern extra eine Pause irgendwo einlegen. Zum Beispiel, wenn du auf dem Weg bist, zu einem Meeting, vorher am Parkplatz, ein paar Minuten einplanen und vor dem Meeting im Auto diese Meditation zu machen, dann gehst du wesentlich entspannter und beruhigter in dieses Meeting oder Besprechungen oder so. dergleichen. Wichtige Bewerbungsgespräche und so. Und du wirst eine Ruhe ausstrahlen, die für dich gut sind. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg mit deiner Körperscan-Meditation und vor allem auch vom Einschlafen. Es gibt dir, wenn du das immer wieder übst, einen tiefen, erholsamen Schlaf. Ok, bis zum nächsten Video. Danke und Tschüss. 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 Tschüss.